Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDF EP, hier euer Checkding am Start. Ähm, in der letzten Folge haben wir unsere Portal Gun bekommen, was ich super geil finde. Damit können wir so ganz zufällig ein orangenes und ein blaues Portal schießen. Natürlich nicht überall hin, nur an ausgewählte Stellen, aber trotzdem, scheißegal. Ich find's witzig. Was ist das? Ähm. Oh, ich muss den irgendwo rumwerfen, bestimmt entspast. Oder muss da seine Waffe rein? Oh ok, da nicht dran Ah, ich glaube ich habe es verstanden Komm mal her, wirf mal deine Keule hier hin Das war sehr witzig Muss man seine Keule hier auf so ein Plateau werfen Naja, das war Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch Ich versuche da mal oben auf ihn draufzuspringen Ah ja doch, ich muss da hoch Na also, wie ist die Schwachstelle von dem Typen? Kann ich jetzt aufhauen? Tatsache Ok Bitte nicht too fucking much Ich war kurz sehr verwirrt Ich weiß nicht, weiß nicht wie ich mich Na also Zack, zack, zack Piep piep piep, wir haben uns angeht Ich weiß halt nicht wo ich ausweichen kann, man Der ist so schnell Willst du wahrscheinlich nur da eins sein? Ok, vielleicht auch nicht Könntest du bitte einfach deine Attacke werfen? Genau Aimbot Aimbot einfach nur Komm Naja, ich weiß Jetzt mach mal deinen Scheiß Chill mal kurz, ich muss da rüber springen Warum komm ich nicht so hoch? Ah, weil es nicht aufgeladen ist Warum komm ich nicht so hoch? Nein! Ah Ja komm Wirbel, wirbel Jetzt wirbel endlich, man Ah Ich verstehe jetzt nicht, warum ich dem Ding nicht ausweichen kann Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oder vielleicht musste ich einfach dann das Portal nutzen Gerade jetzt rastet er kurz aus Jetzt macht er spin Me ride round, baby ride round Like little babies with me ride Nein! Ich wollte da genau reinspringen! Genau in der einen Sekunde, wo er mich abgefuckt hat Ja Richtiger Aidskeragel Richtiger Aidskeragel Nichts Ich möchte jetzt nicht mehr Ich möchte jetzt mal Ich glaube, wir haben das erste Ding gelöst aus Asraels Gefängnis Das sieht so cool aus Da muss eins durch und da darf keins mehr durch Jetzt müssen wir... Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut gemeistert Und jetzt... Ich glaube, wir haben das erste Ding gelöst Ich glaube, wir haben das erste Ding gelöst Ich glaube, wir haben das erste Ding gelöst Das mitnehmen... Gut... Immer so stressig Da kann man nicht einfach 10 Portale machen Ist ja auch gut Gut... 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 Ok... 's getan Ja wunderbar Mission Ah, wo muss ich hin? Ah, da Nein, es muss höher What? I don't follow Ähm Ich gehe mal hier rein Ich gehe mal hier rein Ah, ich glaube, ich habe es verstanden Ich muss da wieder hin zu dem Ne, muss ich nicht Ich glaube, ich kann es auch von hier aus machen Okay, naja Zack Zack Dö, 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 dö Na, also Da komme ich darum jetzt wieder hin Muss ich da wieder den ganzen Weg jetzt vor den Zug laufen, weil ich einmal runtergesprungen bin? Falsch, oder was? So, ja Fucking ernst Arsch Trauig nicht, oder? Oh, PORTALSPRUNG Sehr gut Ah, wir sind einander gut gemacht hier, muss ich sagen. Besser als erwartet. Ach ja, Gegner, ja. Gut. Ja, ja, kennen wir. Oh. Das war nicht gewollt. Egal. Wie würde ich die halt so? Was? Was? Oh, die habe ich ja gar nicht gerechnet. Okay. Stürb Schnupper Gas Bösewicht Wir gehen hier hin, machen das auch Dann kriegen wir kurz Seelen Schneller Seelen Ah, nice Jetzt töten wir den Den würde ich auch gerne kurz töten Bevor ich mit der anderen mich rumschlage Button Smashing Boah, die macht so viel damage Alter, das gibt's gar nicht so Jetzt ist der noch, der ist auch tot So, und jetzt zu dem da hinten noch Open the gates Bösewicht Das war's für heute. Ah, jawoll! Gut gemacht, ey! Oh mein Gott, jetzt muss ich wieder rätseln! Ähm... Okay... Ähm... Tch, tch, tch! Tch, tch, tch! Tch, tch! 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 Nene, das macht hier erstmal gar keinen Sinn, Ad. Ich muss da da irgendwo erstmal das Portal setzen können. Wenn ich das Portal nicht setzen kann, das ist fucking Nonsens. So. Das Ding schießt da drauf. Das heißt, da muss ich irgendwie ein Portal setzen. Das heißt, ich muss da irgendwie runterkommen. Erstmal. Ich muss hier runter, ich muss das hier aufmachen. Wie geht das auf? So? Nein. Aber ich muss das ja nicht aufmachen, aber ich kann ja einfach runterspringen. Das heißt, ich kann dann einmal hier einsetzen. Dann einmal hier einsetzen. Dann schießt das da durch, dann schießt das da durch. Und das hier muss ich noch runter machen. Okay. Das heißt, er hat das getroffen. Und jetzt... Ah. Bam. Nummer eins läuft. Sehr gut. Du alter Samael-Kopf. Reiter, ich hätte niemals gedacht, dass du meine Rettung sein würdest. Bereile dich, bevor Strager von deiner Ankunft erfährt. Als ich dich fand, sagtest du, das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Ich habe diese Worte schon mal gehört. Aber Don hat das Gleiche gesagt, kurz bevor er starb. Ich habe diese Worte schon mal gehört. Da waren wir, ne? Oder war... ne, wir waren rechts Dann... okay Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine Übergang Pelikaner Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wir versuchen den dritten, den zweiten Strahl umzuleiten Also wir müssen erstmal hinkommen, müssen den Boss legen und alles Und da machen wir das Auf jeden Fall vielen Dank erstmal, haut rein und bis zum nächsten Mal